Jährlich erkrankt in Deutschland eine von 100 Frauen an Gebärmutterhalsschwäche oder auch Cervixinsuffizienz, was übrigens derselbe Begriff ist. Und bevor man verstehen kann, was überhaupt die Gebärmutterhalsschwäche ist, muss man natürlich auch erst einmal verstehen, was ist überhaupt der Gebärmutterhals. Und das ist nichts anderes als eine Engstelle zwischen der Gebärmutter, die oben drüber sitzt, und der Scheide, die unten angeschlossen ist. Und dazwischen ist der Gebärmutterhals. Und man sieht schon ganz gut, dass es eine Engstelle ist zwischen diesen beiden Kompartimenten. Und genau das ist auch die Funktion des Gebärmutterhalses. Während der Schwangerschaft zum Beispiel wird das verhindert, dass das Kind in die Scheide schon reinrutscht. Das heißt, das ist der Verschlussmechanismus, damit das Kind da bleibt, wo es ist. Und von unten hat es auch eine Funktion, denn die ganzen Keime, die aufsteigen können über die Scheide, werden durch den Gebärmutterhals abgehalten und draußen gehalten. Und laut Definition ist die Cervixinsuffizienz quasi die Erweichung und Verkürzung, die schmerzlose Verkürzung des Gebärmutterhalses. Der hat eine bestimmte Länge im Normalzustand. Und wenn der sich während einer Schwangerschaft, und zwar in der Frühschwangerschaft, vor der 37. Schwangerschaftswoche verkürzt oder auch erweicht, nennt man das Ganze Gebärmutterhalsschwäche. Im Normalfall ist der Gebärmutterhals so über 2,5 cm lang, kommt es zu einer vorzeitigen Erweichung oder auch Verkürzung des Gebärmutterhalses. Und das haben wir schon gesagt, vor der 37. Woche. Danach ist es relativ normal und physiologisch, dass der Gebärmutterhals sich verkürzt, denn jetzt darf das Kind ja langsam kommen. Aber vor der 37. Woche sollte das eben nicht passieren. Es kann so weit verkürzt sein, dass da wirklich nur noch millimeterweise etwas steht und auch zu einer Trichterbildung kommen. Es gibt einen inneren und einen äußeren Muttermund. Und der innere Muttermund, der kann sich schon so weit eröffnen, dass da so eine Art Trichter entsteht. Das sieht man immer ultrasonografisch sehr, sehr gut. Und das ist natürlich schon ein Indiz dafür, dass da so Frühgeburtsbestrebungen vorhanden sind. Das Gemeinde an so einer Gebärmutterhalsverkürzung ist, dass es fast gar keine Symptome macht. Denn anders als vorzeitige Wehntätigkeit, die zu einer Gebärmutterhalsverkürzung führt, ist so eine ganz normale Cervixinsuffizienz ohne irgendwelche Symptome assoziiert. Es kann mal ein bisschen ziehen, es kann mal ein bisschen drücken, auch in den Rücken ziehen. Aber eigentlich ist so eine Gebärmutterhalsverkürzung relativ symptomarm. Aber wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass so ein Gebärmutterhals, der ja dafür da ist, die Schwangerschaft da zu halten, wo sie hingehört, sich verkürzen kann? Da gibt es ein paar Theorien, wo wir wissen, darin kann es liegen. Und dann gibt es in der Medizin auch immer wieder Faktoren, wo wir wissen, ja, keine richtige Ahnung, warum das jetzt passiert. Faktoren, die dazu führen können, wo wir das wissen, dass es dazu führen kann, sind auf jeden Fall Infektionen. Eine Infektion oder auch Bakterien können einfach die Gewebszusammensetzung derartig ändern, dass es zu einer Verkürzung oder auch Erweichung kommen kann. Dann natürlich Mehrlinge oder auch viel Fruchtwasser, also ganz, ganz normaler Druck, der von oben, oder zu viel Druck, der von oben herrscht, der zu einer Gebärmutterhalsverkürzung führen kann. Ich denke, das ist so das Logischste, wenn von oben viel gedrückt wird, das ist genau dasselbe Prinzip bei vorzeitigen Wehen, dann kann sich natürlich unten der Gebärmutterhals entsprechend verkürzen. Oder auch, was ich auch sehr logisch finde, ist, wenn man am Gebärmutterhals schon operiert wird. Es gibt Operationen, sogenannte Konisationen zum Beispiel, wo man einen kleinen Kegel oder einen Gewebentnahme am Gebärmutterhals durchführen muss, wegen irgendwelcher nicht so schönen Abstriche zum Beispiel. Und da ist natürlich fehlt das Gewebe, was man da rausgenommen hat bei einer Schwangerschaft. Und daher kann es natürlich auch zu einer Gebärmutterhalsverkürzung kommen. Das heißt, Frauen, die so eine Operation haben, Mehrlinge haben oder auch viel Fruchtwasser oder auch in der Vorgeschichte schon mal so eine Gebärmutterhalsverkürzung hatten, da guckt der Frauenarzt natürlich nochmal zweimal hin, ob sowas in dieser Schwangerschaft dann wieder passiert oder ob es zu einer Gebärmutterhalsverkürzung in der Schwangerschaft kommen kann. Und da haben wir schon angesprochen, wie diagnostiziert man jetzt eigentlich die Gebärmutterhalsschwäche? Und das passiert per Ultraschall. Und zwar nicht der Ultraschall von oben, das geht zwar auch mal in Ausnahmefällen, ist aber sehr, sehr ungenau. Von unten der Ultraschall, der ist sehr genau, da kann man genau ausmessen, wie lang ist der Gebärmutterhals an sich, wie lang ist vielleicht das verkürzte Stück, wie groß ist der Trichter. Da kann man ganz genau und sehr gut auch den Verlauf sehen, wie sich so eine Dynamik des Gebärmutterhalses auswirken kann. Man misst das Ganze in Ruhe und dann werden die Frauen auch angeleitet, mal so ein bisschen mit zu pressen, so ein bisschen Druck nach unten zu geben, damit man sehen kann, wie ist denn dieser Gebärmutterhals unter Belastung. Denn es kann sein, dass man über drei Zentimeter stehen hat, wenn alles in Ordnung ist, wenn Ruhe drin ist, aber sobald man so ein bisschen drückt, kann der wirklich zusammensurren. Das spricht auch dafür, dass man einfach eine Gewebsschwäche hat und eine mögliche Frühgeburtsbestrebung im Raum stehen kann. Und wie therapiert man jetzt eigentlich eine Gebärmutterhalsschwäche? Und dann muss man sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an. Es kommt zum einen darauf an, ob das jetzt ein erstmaliges Ereignis ist. Du hast also zum ersten Mal festgestellt, dass da eine Gebärmutterhalsschwäche vorliegt bei dir oder ob das jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist und sich der Gebärmutterhals einfach immer wieder verkürzt und nicht so richtig erholt. Dann kommt es natürlich darauf an, in welcher Schwangerschaftswoche du dich befindest. Ab der 24. Schwangerschaftswoche zum Beispiel kann man ja erst so richtig therapieren. Vorher muss man das einfach so ein bisschen aussetzen. Das ist immer so ein Hop- oder Top-Prinzip. Entweder funktioniert das Ganze oder es kommt zur weiteren Verkürzung oder auch zu einer Frühgeburt. Ab der 24. Woche können wir erst so richtig eingreifen. Und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, hast du Mehrlinge, hast du viel Fruchtwasser etc. Hast du eine Infektion, dann kann man diese Infektion therapieren. Grundsätzlich kann man sagen, dass mit jeder Gebärmutterhalsschwäche einhergeht, so ein bisschen Bettruhe zu halten. Das heißt jetzt nicht, sich 24 Stunden flach ins Bett zu legen und sich nicht mehr zu bewegen, sondern dass man einfach sich ein bisschen körperlich schonend nicht schwer hebt, nicht viel rumläuft, einfach so ein bisschen, als ob man krank wäre, ein bisschen mehr das Zimmer hütet oder auch das Bett hütet. Aber das heißt jetzt wirklich nicht, dass du die 24 Stunden komplett ins Bett legen solltest zum Beispiel. Was außerdem noch sehr gut helfen kann, ist Progesteron, ein Schwangerschaftshormon, was diese ganze Bindegewebsstruktur des Gebärmutterhalses einfach unterstützen kann und auch stabilisieren kann. Das ist etwas, was man vaginal geben kann, als Zäpfchen oder auch oral als Tablette nehmen kann. Und der nächste Schritt ist, eine gewisse Ursachenforschung zu betreiben, einfach zu gucken, woran liegt es denn. Und da spreche ich besonders die Infektionen an. Deine Gynäkologin oder dein Gynäkologe wird bei der Untersuchung auch mal einen Abstrich vom Gebärmutterhals abnehmen und da kommt nach zwei, drei Tagen raus, ob da ein Keim sich breit macht oder nicht. Und wenn da ein Keim ist, den man behandeln kann mit einem Antibiotikum, sollte man das natürlich auch tun, weil das ja mutmaßlich die Ursache für diese Gebärmutterhalsschwäche ist. Andere Ursachen sind zum Beispiel, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, vorzeitige Wehentätigkeit. Wenn diese vorherrschen, dann muss man natürlich erstmal diese vorzeitigen Wehen hemmen, dass man gucken kann, dass dieser Gebärmutterhals sich wieder stabilisieren kann. Das kann auch ganz automatisch dann passieren, wenn erstmal die Wehen weg sind, dass dann der Gebärmutterhals sich auch wieder komplett regeneriert und stabilisiert. Und sollten die ganzen konservativen Maßnahmen nicht wirklich funktionieren, es bleibt bei der Cervixinsuffizienz und man kann die Ursachen nicht behandeln, weil sie eben auch manchmal nicht behandelbar sind. Zum Beispiel im Meerlingen ist einfach viel Druck da, der den Gebärmutterhals verkürzen kann. Da muss man sich andere Dinge überlegen. Und da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man trotzdem das Ganze stabilisieren kann und mit dem du dann zu Hause trotzdem relativ stressfrei dich bewegen kannst, ohne Angst zu haben, dass der Gebärmutterhals sich weiter verkürzt. Und das sind so kleine Interventionen. Zum einen gibt es da einen Zerklage oder auch einen totalen Muttermundsverschluss. Das sind zwei verschiedene Dinge. Im Prinzip, um das kurz und grob zu erklären, wird da der Gebärmutterhals in der Operation einmal umnäht und zugezogen. Also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie als ob man unten in einen Luftballon einen Knoten reinmacht. Ein bisschen salopp gesagt, aber ungefähr so ist das Prinzip. Man schafft also eine Barriere durch eine Operation, durch einen Faden oder auch zwei Fäden, dass da einfach von oben der Druck, der da drauf herrschen kann, ein bisschen rausgenommen wird und der Gebärmutterhals sich so stabilisiert, weil man es eben zugenäht hat. Beides hat Vorteile und Nachteile totaler Muttermundsverschluss und Zerklage möchte ich jetzt nicht hier drauf eingehen. Das ist eine Wissenschaft für sich und da streiten sich auch die Gelehrten. Und dann gibt es auch noch eine Pessar-Therapie. Ein Pessar ist quasi ein Gegenstand, den man auf den Gebärmutterhals drüber stülpt und der auch zu einer Barrierefunktion oder eine Barrierefunktion inne hat und das Ganze dann eben stabilisiert und verschließt. Wie gesagt, alles hat so Vor- und Nachteile. Jede Klinik oder jedes Krankenhaus hat da auch so seine Lieblinge. Da muss man sich einfach ein bisschen umhören, und auch was so Vor- und Nachteile angeht, was einem da besser taugt und wie man sich da am besten berät. Wenn bei dir jetzt zum ersten Mal so eine milde Gebärmutterhalsverkürzung aufgetreten ist, sagen wir mal, bist bei der Gynäkologin und die sagt, ja 2,2, 2,3 Zentimeter ist das Ganze, dann ist das noch kein Grund in Panik zu verfallen oder schon die Kliniktasche zu packen. In den meisten Fällen, es kann auch sein, dass das kindliche Köpfchen da einfach mal in diese Richtung drückt oder auch so ein Fuß mal da so richtig reintritt. Das ist in dieser Momentaufnahme, denn nichts anderes ist der Ultraschall in diesem Moment. Das ist einfach die Momentaufnahme, 2,3 Zentimeter. Und ein paar Tage später kann sich das Ganze schon wieder stabilisiert haben. Du sprichst dich am besten mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt ab, wie man dann am besten vorgeht. Sollte das Ganze natürlich schon eklatant verkürzt sein, unter 1 Zentimeter zum Beispiel oder mit einem riesigen Trichter vergesellschaftet sein, dann muss man natürlich schon die Kliniktasche mal im Hinterkopf haben, denn dann müssen diese Interventionen passieren, die wir eben genannt haben. Aber grundsätzlich bei der ersten kurzen Gebärmutterhalsverkürzung ist das jetzt noch kein großer Grund in Panik auszubrechen. Das war das Video zum Thema Gebärmutterhalsverkürzung. Sollte es dir gefallen haben, lass es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen. Abonniere auch diesen Kanal, um gar nichts mehr zu verpassen. Und bitte guck auch mal bei Facebook und Instagram vorbei, da poste ich manchmal so ein paar Internas aus dem Leben eines Gynekologen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich bis dahin. Viel Spaß. Ciao. Bis zum nächsten Mal.